Hi! Aus den letzten Videos meiner Videoserie zum Thema LMS weißt du, was ein LMS ist, warum es für dein Unternehmen sinnvoll ist, welche Voraussetzungen zur Implementierung erfüllt sein sollten und was ein gutes LMS in der Basis ausmacht. Du stellst dir nun die Frage, was macht das zukünftig mit meinen Rollen in der Personalentwicklung? Der tiefgreifende strukturelle Wandel im Bereich Weiterbildung erfordert ein neues Selbstverständnis deiner bisherigen Aufgaben und Rollen. Selbstgesteuerte und selbstorganisierte Entwicklung von MitarbeiterInnen wird mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Das LMS unterstützt dich bei der Weiterbildungsorganisation, schafft dabei Klarheit und Freiräume für neue Anforderungen in der Weiterbildung. Du wirst zukünftig mehr und mehr als Lernbegleiter auftreten und Prozesse des individuellen Lernens begleiten und steuern. In dieser Rolle bist du für ein dynamisches Kompetenzmanagement in deiner Organisation zuständig. Als Lernweltarchitekt schaffst du Rahmenbedingungen für ein Umfeld, in dem kontinuierlicher und bedarfsgerechter Kompetenzerwerb auf Basis individueller Lernreisen möglich ist. Du wirst damit zum Gestalter einer zukunftsfähigen Lernkultur in deiner Organisation. Natürlich musst du dich auf dieser Reise nicht allein begeben. Ich helfe dir gern dabei. Melde dich gerne bei mir, deine Claudia.